Was ist denn die Katharina? Was ist denn die Katharina? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. In 10 Minuten gibt es einen Rastplatz. Dann fangen wir erstmal den Windeln wechseln. Dann müssen wir weiter. Warum muss ich jetzt durch? Ich bin hier. 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 Vielen Dank.